moin zusammen wir sind wieder am zockersonntag mit hoher geisteraktivität unterwegs und das game meint es heute gut mit uns wir haben schon wieder tangelwood es hat uns vorhin auch bei random tangelwood gegeben und das spiel ist ja heute gnädig ich meine dafür dass ich im challenge mode so oft gestorben bin ist das jetzt wohl der ausgleich also okay rein da in die skybox keine ahnung was das manchmal für gummische wachs sind mit den skyboxen rein in die skybox könnte eventuell das sein dass ich sie ausgemacht habe habt ihr alle billen genommen leute ja ich habe meine genommen ja die liegen ja da am eingang glaube ich also ich habe sie zumindest nicht eingelegt aber die müssten ja da liegen ok den knochen hast du schon ich bereite schon mal die versteckchen vor hier ist so einmal Einmal. Einmal. Und... Einmal. Ach, ich hab's gerade ganz allein gestellt. Ich hab's gerade ganz allein gestellt. Spannend. Wo ist der Baum? Die Skybox da, wie man da die Bäume da hinten sieht. Das sieht aus, ey. Das Spiel ist echt gut. Ich hab was fliegen gehört. Eine Tasse oder so. Okay. Vielleicht ist es in der Küche. Ich hab ihr was im Masterbett rum. Ich glaub, er ist im Masterbett rum. 6 Grad und ich hab was fliegen, ja. Ja, 5 Grad. Liegt da eine Tasse auch rum? Hier liegt sie. Hier, hier, hier. Ich lass die Kamera neben dem Kruzi. Okay, Bücher rein, Salz rein. Das ist die Skybox, ey. Das sieht lustig aus, ey. Die Knochen, wo bist du? Habt ihr schon die Knochen? Das Küchen hat ihn doch gerade gefotografiert, Mensch. Guck mal. Hörst du überhaupt zu? Die sagen nix. Die sagen nix. Die sagen nix. 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 Oh, der war an der Tür. Ich muss schnell gucken nach Fries. Ich bin hier am söken. Oh, er hat ein Licht angemacht. Es ist kein mehr. Wo ist er? Kein mehr, weil das Licht hier an ist. Event. Definitiv auch kein Shade. Weil der so früh ein Event macht, das kann der Shade nicht, selbst wenn alles auf hoch steht. Kein Wave, er ist in Salz gelatscht. Die Skybox, ey. Wie das aussieht. Und dann ist in Salz gelatscht. Mit der schreit ist. Das ist gut, ne? Wo bist du? Är du hier? Är du nah? Är du nah? Är du ein Kind? Är du alt? Was willst du? Warum bist du hier? Schau dir sich dir hier. Er du da? Är du nah? Entschau dir ein Kind? Är du alt? Wolltet ihr, wann bist du da? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Nix auf der Spirit Box. Wenn wir keinen Beweis kriegen, könnte es vielleicht ein Goryo sein. Ist das eher im F5? Ne, nur eher im F3. Keine Uni. Scheiße. Ja, hohe Eventzahlen, ne? Okay, ich glaube, die Fotos müssten alle erledigt sein. Ja, es haben auch alle gezählt. Eine Fotokamera, genau, die nehmen wir da hinten hin. Aber ich sete sie bei 75. Hm, ich möchte noch eine Kamera suchen. Oh, ich habe noch eine hingestellt an der Tür, ne? Also Video. Normale Kamera guck ich nochmal. Ob man an dem Truck ist? Ne. Kann nicht mehr. Wer fummelt da die ganze Zeit an der Tür rum? Das ist die UV-Lampe. Ich sehe sie leuchten. Hier im F2. Bücher sind noch leer. Ich teste mal auf Goryo. Äh, ich habe Dots gesehen. Hast du gerade Dots gesehen? Ja, also auf der Keine. Ich habe keine gesehen. Keke, geh mal außen. Ich muss die Dots gucken. Obwohl, ich glaube, der war nicht in deinem Sichtfeld. Der war am Bett eher so. Am Bett, warte. Ich gucke live, du guckst auf der Kamera. Sag, wenn du die Dots siehst. Äh, ja. Kiki, hast du welche gesehen? Nein. Ich habe auch keine gesehen. Okay. Ist dann Goryo. Wir müssen ein bisschen, ja. Ich gucke mal weiter. Ich gucke auch mal auf beides jetzt. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Ich habe es in der Kamera gesehen, aber nicht live. Ist ein Goryo. Ja, es ist ein Goryo. Nichts live. So. Escape during an. Parabol müssen wir noch machen. Kiki, ich schnapp dir ein Parabol. Küken, du kannst dir auch eins schnappen. Wir haben ja, glaube ich, zwei Parabols. Ich habe es schon. Und wohin? Auf den Geist einfach halten. Jetzt kannst du auch ruhig wieder reingehen. Weil das ist ja ein Goryo. Ach, schöne Skybox. Rein in die Skybox. So, und dann müssen wir nur noch Escape during an. Ein Parabol ist erledigt. Dann hocken wir uns mal ins Dunkle. Bleiben mal in der Nähe vom Geisterraum, dass der uns mal mit dem einen oder anderen Event hittet. Wie hoch war unsere Sanity vor Ihnen, Küken? Die müsste jetzt so auf 60 sein. Ungefähr. Ja, was war das? Eine Tür und ein Lichtschalter gleichzeitig? Wie geht die da in den Dots ruckst? Wie du da genau über den Dots ruckst? Hier, wenn du willst, kannst du dir ja mal hier die Kamera nehmen hinter dir und kannst das ja mal angucken mit dem Goryo, wie das aussieht. Mit den Dots. Du musst eben gleichzeitig den Kameramonitor und die echten Dots anschauen. Wer, ich? Ja, kannst ja mal, wenn du willst, mit der Kamera da reinschauen. Dann kannst du das ja mal sehen. Kann ich ja gerne eine Kamera und ein Stativ nehmen, ne? Kannst du auch. Warte, Event, da ist sie. Hallo. Die wollte zu dir, nicht zu mir. Wie immer. Geh mal hier zum Kruzifix lieber, weil ich glaube, jetzt sind wir vielleicht in Hunting-Range. Wo ist der Kruzi? Ja, hier. Beim Eingang. Bei den Schuhen. Jetzt hab ich die Kamera mitgebracht. Real? Ja, stell sie einfach irgendwo ab. Das wäre... Das ist ja blöd. Kannst ja auch mal versuchen, das anzugucken von dem Goryo. Ich meine, da ist ja auch ein Kruzi drin. Wie das Küken da im Schrank verschwindet, das sah jetzt aus, ey. Wie das Brötchen da reingehuscht ist und die Tür zu ging. Verlaufen wir doch mal in der letzten Runde für den Geist. Ja, das war der Obake, wo wir da versucht haben, den Shapeshift noch zu kriegen. Boah, ich hab nie gedacht, das ist ein wenig Sieg. Ihr habt schon mal den Goryo jetzt eingetragen, ne? Ja. Und das Küken, das will eine Tasse Cappuccino trinken, ja? Küken hat sich Cappuccino klar gemacht. Na komm Geist, willst du nicht machen? Ich will nicht handen. Ich will nicht handen. Ich will nicht handen. Hm. Oh, das ist ein Versteck. Im blauen Zimmer, hier im Flur. Überall. Ja, das sah eben lustig aus, wie sie an mir vorbeigelaufen ist und zu dir gelaufen ist, ey, vom Wohnzimmer aus. Immer das Gleiche, ne? Oh, mein Stats steht, ich hab 99 Knochen, äh, collected. Ja. Da fehlt mir noch einer. 99 Knochen, ja, aber der hier, den du jetzt gesammelt hast, der wird erst in die Stats übernommen, wenn du, ähm, am Ende der Runde auf, wenn die Belohnung kommt, auf weiter geklickt hast. Erst dann wird das dann rein aktualisiert. Aber ist ein Dino drin? Ja, ja, deshalb sag ich ja, der ist ja vorhin mit seinem Brötchen so verschwunden und hat die Türen zugemacht. Ich dachte, das wäre ein Geist, ey. Ich dachte, was steht denn da ein Geist im Schrank? Oh, Airball auf dich! Ich weiß nicht, der Geist will mit mir irgendwie nichts zu tun haben. Der geht immer auf euch, Küken, du hast einen Airball bei dir im, äh, Dingens. Im Schrank. Im Hintern. Jetzt hat der Geist mal einen auf dich fliegen lassen. Hier liegen Kruzis, der kann hier eh nicht spawnen, also. Das ist lustig, ey. Also, bei den ganzen Events müsste der doch jetzt eigentlich gleich mal handen. Weil wir müssen den noch, wir müssen noch überleben während des Hands. Das ist ein Anti-Hunting-Geist. Hand, Hand, Hand! Hallo! Und sie läuft in die Küche. Ja, toll. Ja, ich habe sie ja gerade abgewehrt hier. Jetzt ist sie in der Garage. Ja, jetzt kommt sie in die Küche. Und jetzt kommt sie wieder. Hallo! Nochmal! Das findet die auch noch lustig, ey! Lacht sich das gut. Das findet die lustig, ey! Okay, wir können... Sie müsste mich ja gesehen haben. Ja, hat sie. Und noch zum Abschied! Und noch zum Abschied! Im Zweifel! Nach dem Motto hau bloß ab! Noch zum Abschied einmal dem Küken in den Nacken hauchen. Hier hast du einen feuchten Geisteratem. Ein feuchter Geisteratem in den Nacken. Also, Gorio, ne? Ja, Gorio! Küken! Guck mal deine Sanity an! Hester Mama! Oh Mann! Warum ist denn unsere nicht runtergegangen? Ich glaube, das ist wieder der Bug, weil wir da am Eingang standen. Oh Mann, alles auf die Federn! Okay, Gorio ist drin? Ja! Tschüss Sonnenaufgang! Tschüss Tanglewood! Da, da hast du gerade wieder durch die Dots gelaufen! Als du damit rum am Spielen warst, mit der Tastatur. Wie das nochmal aussah, die Karen, ey! Oh Mann! Ja, und das ist wieder ein Perfect Game, diesmal auf Tanglewood und... Ich weiß nicht, wie viel Geld ich hier kriege... Nee, ich schaffe es nicht auf die 700k. Aber ja, das wird ja eh bald alles weg sein, also ist egal, wie viel Geld ich habe. So, 5 Events! Wie viele Interaktionen hat sie denn gemacht? 40 Interaktionen! Und wir waren ja jetzt nur 12 Minuten da drin. Ja, und Küken, jetzt kannst du in deinen Stats mal schauen. Sobald du auf Next klickst, werden die Stats übernommen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal! Ciao!